Wir kommen zurück bei Final Fantasy 7. Ja, wir sind im Eisenbahn-Depot und die Kinder, die hier wohl alleine gelassen worden sind, verschleppt worden sind, wie auch immer, spucken jetzt quasi hier rum und stillen uns gerade streicheln. Und wir versuchen gerade eigentlich nur nach Sektor 7 zu kommen. Deswegen gucken wir mal, wo wir, oder wie wir am schlimmsten wieder hier wegkommen. Aber ich finde das schön, die haben das richtig gut gruselig gemacht. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Ich weiß, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nicht, weil da kein Stromlob ist. Ja, da hinten müssen wir hin. Äh, wir können aber da unten gehen. Aber ich glaube, guck mal da. Auf geht's! Ihr klebt los! Packen wir es an! Und ab mit dir! Los, hä? Zack! Und los! Flieg! Überlass das ruhig mir! Genau so! Ich schweige es herz sein! Hier ist sonst nichts. Doch hier sind noch ein paar Kisten. Oh, Gott sei Dank. Armreif. Mein Gott, äh! Sprechen ist heute aber nicht meins. Da liegt noch was, aber da kommen wir nicht drin. Da müssen wir hier durch. Wir haben so viele Morkri-Dinger. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Ich weiß gar nicht, was ich mit denen machen soll. Gefunden! Ich zähle auf dich! Ich lege los! Na? Falls ihr das sehen könnt, haben die auch andere Gesichter. Zack! Ah! Kurz und schmerzlos! Zack! Das sollte reichen. Der ist für dich! Zack! Das tut sie! Ich mach das! Zack! Zack! Es geht los! Und was? Ja. Äh, Eris. Ich gebe Eris mal die Haidtränke. Einfach mal. Einfach weil die weniger Leben hat. Und der Leben tiefer, gebe ich ein. Okay. Sind wir hier? Da ist noch eine Kiste. Äh. Bin ich da überhaupt dran? Ne, da komme ich nicht. Ich muss auf die andere Seite. Da kommen wir auch nicht dran, weil wir hier rein müssen. Und dann nach links, damit wir die Tür aufmachen. Ob sich hier auch jemand versteckt? Ich glaube schon. Gefunden! Ich zähle auf dich! Überlass das mir! Wer? Nimm das! Wo es geht's? Wohin! Oh, du bist aber ein Wöllergeist. Du bist aber ein Wöllergeist. Zack! Zack! Überlass das ruhig mir! Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, oder? Ja, doch, komm mal. Okay. Wir müssen die Türen immer wieder aufmachen, okay? Okay. Komm, ist hier noch einer? Zack, ist bitte nicht gefunden. Auch gut. Und dann, 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 dann. So, Schloss geöffnet. Weil das hier war nämlich zu. Warte mal gucken. Ähm... Da kommen wir nicht durch. Man kann hier runter, oder hier hoch. Wir gehen erstmal... Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Äh, nee. Wir müssen, glaube ich, hier hoch. Erst mal überlegen. Von der Seite kommen wir nicht rein. Ne. Ist von innen verschlossen. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch eine Tür. Wir müssen wohl einmal drum rum gehen. Danke, Tifa. Die hat gerade das, was ich sagen wollte, einfach schon gesagt. Dankeschön. Ach, guck mal da. Das Problem ist, ich sehe halt nur so die Hälfte von dem, was ich hier mache. Weil das halt sehr dunkel gehalten ist. So, einmal hier rüber. Cool. Problem ist, hier springst du einmal runter, weil hier keine Treppe mehr ist. Deswegen musst du direkt einmal... Ich weiß gar nicht, ob ich bei Elris alle Dinger schon gemacht habe. Aua. Okay, strahlen. Wollen wir gar nicht. Okay, hier hinten sind Kissen. So. Da müssen wir mal gucken. Weil, bevor wir da reingehen, gehen wir einmal hier lang. Weil, hier war noch was. Ja, da ist. Ein Mokri. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Mokri-Sachen machen soll, gehört sich nicht. Aber wir haben eigentlich die Bücher alle geholt. Bei dem Kisten-Krie konntest du die holen. Oder beziehungsweise habe ich die geholt. Weil sonst hättest du die nämlich jetzt auch erst jetzt holen können, nach dem... Oh, tausend, geh. Nachdem wir hier vorbeigesandeln und nochmal bei Eris in Sektor ankommen. Und da hatte ich, ganz ehrlich, keine Böcke drauf. Wollte die jetzt schon haben. So, da ist wieder eine Musik. Ich muss gleich mal gucken, was wir für Schallplatten haben mittlerweile. Warte mal, wie viele? Haben wir... Haben wir noch einfach mal 10, 9 Stück? Die haben wir ja müssen... Äh... Es sind auch immer nur zwei Accessoires. Oh. Die Accessoires sind mehrere. Äh... Einmal. Für Barret. Einmal für Barret. Okay, mal eben gucken. Ähm... Gettel-Gürtel. Tiefa... Tiefi-tiefa... Tiefi-tiefi... So. Barret. Barret kriegt die. 10er. Dann können wir die mal eben verkaufen. Äh... Accessoires. Weg damit. Weg damit. Weg damit. Und weg damit. Die hat, glaube ich... Hubsucht. Kann ich gucken, wie viele? Also... Haben wir. Analyse zum Schockphänomen. Gehen. Hm... Mh... Wie soll wissen, sollte sie bei den Rhythmus neuen Modellendent auftragende Daten zur Nachweisung zu sammeln. Äh... Ich glaube, das ist... Das kriege ich nur mit Tifa hin. Tatsächlich. Äh... Machen wir das einfach. Versuchen wir das gleich einfach mal. So... Machen wir mal eben. Achso. Warte mal. Und... Jetzt ist die Tür hier auch auf. Ich würde mal sagen... Let's go. Tifa! 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 Ihr habt uns? Hey, wir können ja auch auf. Oh! 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 Wie geil, die Reflektion in den Augen ist einfach... Okay, Analyse. Bist du gegen irgendwas Adelgisch? Ja, gegen Feuer. Okay, Tiva, rande an den Speck. Und da machst du Eis. Kommst du mal an der Wand raus. Los mal. Ah, du sagst mir mein... Wo ist sie denn? Hör doch mal auf, da man zu verschwinden gesagt. Hör doch mal auf, da man zu verschwinden. Ich mach das. Ja. Und tschüss. Ja, das war's. Zack. Das ist das Schloss. Das war's. Es geht los. Ja. Müsste gehen. Runter. Keine Chance. Das ist halt Wirkungs- Was soll ich machen? Was soll ich machen? Bin ich jetzt drin? Seht genau hier. Noch bin ich am Leben. Besser vorsichtig. Der ist für dich. Magischer Diener. Uns Helden arbeiten wir im Team. Lass mich mal. Greif mich doch an. Was hat er denn jetzt? Ich muss uns gleich heilen, auf jeden Fall. Was zum Henker. Also der Kopf da oben ist neu. Der Kopf da oben ist neu. Der gehörte da vorher nicht drauf. Und weiter. Ich leg Luft. Überlass das mir. Alter. Ich mach das. Alter, leg mich am Arsch. Das verdiene ich richtig. Einmal Aerith. Äh, Cloud. Ich brauch nur Mega für Cloud. Das sollte reichen. Weiter Geist. Äh, Superdruck. Super. 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 An die Arbeit. Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Äh? Wie will das? Einmal mal Shalina. Und einmal... Und einmal... Leiste mir das mal kurz. Handführen. Und wir los. Du schaffst das schon. Jetzt ist das recht. Bin bereit. Es geht los. Verdammt! Oh, shit! Äh... Äh... Übernimm du! Ich übernehme! Das war's! Cool, tiefer ist Geschichte. Nicht übertreiben. Was? Ich kann noch kämpfen. Du musst das beenden. Kann ich dir das überlassen? Bin ich jetzt drin? Hey! Okay, tiefer. Komm, wir zum Finale. Flieg! Nein! Cool, ich hab ihn nicht getroffen, weil er weg war. Was ist das für ein Miststück? Das hat ja voll was gebracht. Überlass das ruhig mir. Los geht's! Zack! Genau her! Ich kann ihn heilen! Ich bin nicht zurück. Aber... Warum kann ich dich heilen? Warum kann ich dich heilen ist die Frage. Ich kann ihn wirklich heilen. Junge! Zack! Für dich! Viel Erfolg! Ich lege los! Okay... Warum kann ich dich nicht angreifen? Aua! Was kannst du weitermachen? Ich übernehme! Er verpisst sich die ganze Zeit! Bleib doch wasch! Stehen! Los geht's! An die Arbeit! Hopp! Überlass das ruhig mir! An die Arbeit! Jetzt gerade Zeit! Ja! Zack! Ja! 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 Mein Gott! Jetzt aber! Okay, jetzt muss ich genau kleben! Und Analyse! Bin mal so frei! Es ist... Yes! Bestörung! Ein Versteckspiel! In der Hoffnung, dass euch jemand findet! Habt ihr die ganze Zeit gewartet? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen! Jetzt steht auch wieder alles so, wie es war! Lass uns erst einmal hin! Die Kinder haben sie da verstecken gespielt. Und haben gedacht, es kommt heute einer suchen oder so. Aber es kam nie einer. Quasi sind sie dann für immer da geblieben. Ob wir jetzt weiter können? Sehen wir nach. Ich bin schon wieder Monster. Sind die Kinder nämlich traurig. Wie komme ich da hin? Ah, da eben, einmal rum. Hat Aerys eigentlich mittlerweile das Ding gelernt? Ja, hat sie. Die Frage ist aber, ja, ich glaube, ich bleibe bei dem. Ich meine, der hat eine mehr, aber da hat sie mehr Wumms. Das schaffen wir. Und zeigt niemand auf. Finis. Genauso. Stirb. Zack. Genauso. Seilkeit. Bis hier und nicht weiter. Ziemlich schwach. Genauso. Das ist auch. Ach, kacke. Das weiß ich mal. Ist das scheiße. Ich Idiot hätte mehr auf Cloud bleiben müssen. Wir haben Visionen nicht benutzt bei dem Kampf. Ich wollte es doch in diesem Kampf benutzen. Ich bin ein Idiot. Also ich darf nicht so hin und her flippern die ganze Zeit. Ich muss mal eben, ich muss bei dem nächsten Kampf mal bei Cloud bleiben. Geschafft? Nichts wie weg hier. Nanu? Kennst du sie? Sie? Marlene? Und die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Es ist gefährlich da. Da darfst du nie hingehen. Hm. Werde ich nicht. Ach. Noch was. Weißt du, gestern ist Betty mit ihrem Vater. Papa ist spät. Du hast recht. Vielleicht schafft er es heute nicht nach Hause. Eva. Marlene, hör mal. Wir müssen ganz schnell zurück zur Bar. Tiefer. Alles okay? Ja. Gehen wir. Eben gucken, wo wir hier lang müssen. Wir sind noch ein paar Kisten. Oh, wir haben schon wieder halb drei. Ich krieg die Kritze. Eine Folge mach ich noch. Ah, die NG-Scheibe dreht sich. Ach, die Plattform dreht sich. Jetzt kommen wir vielleicht rüber. Aus dem Weg. Und zwar schnell. Okay, wo was? Ah, ah. Ah. Los. Nimm das. Jetzt. Wir wollen uns halt einfach nicht gehen lassen. Das war's. Ich bin bereit. Hachi. Verschwinde. Das sollte reichen. Es wird kalt. Es wird kalt. Los. Hachi. Hier! Nachschlag! Das war's dann! Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Wir können hier hoch. Haben wir hier hoch? Ja, wir können hier hoch. Aber wir gucken noch einmal. Ah, guck mal da. Da haben wir da wieder was? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Der Weg ist schon wieder blockiert. Dabei sind wir so kurz vor dem Ziel. Ach, hey! Vielleicht lässt sich die Lok ja bewegen. Sehen wir nach. Die Kinder helfen mit. Ja. Bist du okay? Ja. Was hat das? Der Dissektionscode für die Platte ist ... Merkst du? Ja, ja! Wir können die Eberzeit runterstürzen lassen. Allerdings gibt's da ein Problem! Hey, nicht ganz so wild, bitte. Wenn wir abstürzen, war alles umsonst. Der Stadtebericht. Gibt es Probleme? Ganz im Gegenteil. Die Idioten laufen uns netterweise direkt ins Messer. Wir halten nach von ihnen. Ich schicke euch Verstärkung. Je mehr Leute, desto bleiben der Eindruck. Für euch ist das nur ein Spiel. Ich erwarte, dass alles noch dran läuft. Tifa. Das mit dem Plan war also wahr. Barret und die anderen werden sich schon zu wehren lassen. Sektor 7 ist nicht mehr weit. Los! Boah, ich will nicht wissen, wie Tifa sich gerade fühlt. Schaffen wir es. Ich habe gerade Tränen in den Augen. Ich habe gerade leichte Tränen in den Augen. Das ist für mich der schlimmste Teil in dem Moment, wo die, wenn sie runterkommt. Tatsächlich. Verstärkung für Shinra. Du sagst schon mal. Du sagst mir. Ohne Witz, wie haben die geschafft, die ganzen Waggons und so dahin zu stellen? Weiß ich, die stehen ja wirklich nicht gerade auf der Schiene, sondern wirklich so querbeet im Dreck. Guck dir die Lok an, wo steht die? Hier ist keine Schiene oder so. Ja gut, hier ist Schiene, so glaube ich zumindest. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hier bin ich wieder zurückgegangen. Hier bin ich wieder zurückgegangen. Vorwärts! Ja, Augen zu und durch! Ich zähl auf dich! Es ist los! Na? Flieg! Oh ja! Anschlag! Lichterlob! Es wird kalt! Komme schon! Stimmt! Nicht aufheben! Nicht aufheben! Nicht aufheben! Dann muss ich mal gucken! Ey! Weg frei! Ja Weg frei ist aber nicht so Weg frei! Wir sehen uns in der nächsten Folge! Tschööö! Willkommen zurück bei Final Fantasy 7. Ähm, ja. So, noch einmal. Musik ist einfach so krass von dem Spiel. Ich finde das gut, ohne Witz, dass sie sich nur ein paar Jahre mit dem Spiel Zeit gelassen haben. Ich hoffe, der nächste Teil wird auch so schön. Mit der Musik und alles. Wir haben hier alles. Wir kommen gleich nicht mehr zurück. Ähm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Genau, hier müssen wir auch. Ja. Oh, gut. Jetzt kommt nochmal ein echt beschissener Kampf. Kommt nochmal ein ganz echt beschissener Kampf. Sind fast da! Schnell! Ja. Ah. Ja. Cloud! Ah! Eris! Die Kinder, die der schwarze Wind mitnimmt, verlassen den Eisenbahnfriedhof nie wieder. Hast du mich beschützt? Und du bist der Hesha? Alles muss versteckt sein! Kannst kommen! Kannst kommen! Hab dich! Ach, so ein Mist! Hab dich! Hatte mich so gut versteckt! Äh, und Aerith? Kannst kommen! Es ist so traurig! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Kannst kommen! Mann. Mama. Eris! Wir haben dich, Eris. Das habt ihr wohl? Ja. Das ist er. Ja. Ich hasse diesen Boss. Zu nachlässig. So, Analyse. Du. Au, er liegt am Eis. Überlass das mir! Zack! Aha! Überlass das mir! Das Problem ist, dass er eismart und ich habe Eis bei jemand anderem reingepackt. Und tschüss! Mann, dann! Das sind wir! Zack! Und... und los! Los! Oh! Wir kommen nicht dran! Vielleicht mit Magie! Die wird reflektiert! Wir müssen die Barriere aufheben! Los! Ich hab dich schon erwartet! Ich habe nämlich das Gefühl, wir sind nämlich gleich tot, wenn wir uns nicht heilen. Ich hab dich schon erwartet! Frag es! Äh, da! Wie machen wir die Barriere? Ist die Frage. Wie? Der ist für dich! Der ist für dich! Los! Und los! Ich das wusste einfach! Vielen Dank für deine Hilfe! Es wird kalt! Danke! Los! Zack! Zack! Der ist für dich! Verrückt! Verrückt! Zieh dich zurück! Hä? Zack! Ah ja! Du! Eiskalt! Genau so! Genau so! Syrah! Alter, fahr doch nicht immer weg! Blitz uns doch! Ja! Es wird kalt! Keine Chance! Nicht mit mir! Verschwinde! Und los! Volle Kraft! Nimm da! Zack! Abschauen! Der ist für dich! Zack! Rückkeit! Los! Verrecke! Zack! Zack! Aufstehen! Ah! Ah! Cloud! Achtung! Oh, lauf, 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 lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Okay, er ist aber dann nicht da. Oh, lauf, 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 lauf. Das kommt genau richtig. Kanka, ein bisschen noch. Gib mir Damage. So, Vision. Ich werde stärker. Darf jetzt nicht schlapp machen. Los. Ich kann nicht mehr. Ich muss etwas unternehmen. Äh, ja, ich kann nicht mehr leben, wäre gut. Nix damit liegen bleiben. Los. Da. Ja. Und los. Kalt. Fertig. Hart aus. Wir kommen. Verschwinde. Monster. Weiter. Wir haben die Kinder befreit. Wir haben die Kinderchen befreit. Was will er? Wahnsinn. Lebt wohl. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschööö. Schööö. Tschööö. Kinder ber человечkalonkab. Wie man die Kinder ist. die Kinder, die Kinder长kab. Warenメere nicht. Mangartet hat die Kinder. Hay dyeing wunderschööぁ. Erwgun. Untertitelung des ZDF, 2020